Ja, hallo, hier, guck mal, ja? Im Fadenkreuz eines Killers. Wir haben Fingerabdruck gefunden und er gehört zu jemandem. Oh mein Gott, das ist Maxon. Du und deine Kollegen, ihr habt Max auf dem Beweis. Und jetzt auch noch so was anhängen, was er nicht getan hat. Alexander Breuer will uns alle umlegen. Hilfe, weg vom Mann! Alarm für Cobra 11. Donnerstag, 20.15 Uhr. Und jetzt auch noch so was ich.